Der Moraltheologe Matthias Beck präsentiert im Haus der Begegnung sein neues Buch Leben, wie geht das? Wie kann Leben sich entfalten? Wie kann Leben gelingen? Es geht um das Christentum. Der christliche Glaube ist nur dazu da, hat die einzige Aufgabe, den Menschen zu helfen, dass sein Leben sich entfaltet, dass es blüht. Alle biblischen Beispiele von Pflanzen auf dem Feld und so weiter sagen nur eines, ihr sollt Frucht bringen, ihr sollt blühen. Und darum geht es im Leben. Und darum handelt das Buch. Leben, wie geht das? Eine Chance, Leben spirituell zu lernen. Mit Matthias Beck